Ackling, rotisier! Wegen der Klimaanlage gleich. Ach, ja. Wunderschön. Ja, ja, ja. Was ist los? Ach, Peggy, du hörst dich so ein bisschen geknickt an. Ach, was ist los? Mir geht's nicht gut. Mir geht's nicht gut? Mir geht's nicht gut. Hast du den Magen verdorben? Doch, das wär schön. Da würd ich mich auch nicht freuen, wenn ich mir richtig schön den Magen verdorben hätte. Peggy, was ist los? Mir geht's richtig nicht gut. Was ist los, Peggy? Ach, Sandy. Ich brauch unbedingt mal wieder einen Mann. Doch, musst du was repariert kriegen? Nein, ich brauch so mal wieder einen Mann. So richtig, so. So ein richtiger Mann. Was meinst du? Was meinst du? So einen richtigen Mann brauch ich. Was meinst du? Ach, Sandy, ich bin ganz rollig. Was bist du? Ach, ich bin so rollig wie ne Katze. Peggy, hör doch auf, du. Sandy, bei mir ist mittlerweile so weit, ich würd sogar in...